oido was geht ab leute im hong hier mit einer weiteren folge hongreacts fangen wir gleich mal an wir sind wieder am oder im machollo park das video heute wieder im nullpark wieder paup machollos fangen wager schaut vorbei dimmi schaut vorbei alle schaut wieder vorbei oido mal schauen was so geht heute hört ihr alle schauen vorbei so du willst also pokémon meister werden paar von diesen songs pokémon intros haben in der zwischenzeit jetzt nach dem oh mein gott moment zurück nach der zeit copyright bekommen sprich manche von denen ja sind nicht mehr so toll aber schaut mal wer warte schaut diesen alten mann da hinten an diesen verrückten das daten an ihr kennt ihn alter kollege kassari vale ist mehr level 40 geworden wir haben ihn schon in ein paar alten videos anderen alten videos entdeckt der war echt überall richtiger verrückter und ihr wisst also ihr denkt ich war damals verrückt der war echt noch ein anderes so ja noch mehr machollos fahren machollo immer gut ich bin 29 so wie es gerade richtig gesegnet jetzt machen die voll scheißigern los kommen paras gar nicht so schlecht aber man sagt ich habe kein richtiger aufnahme sonst hätte ich da irgendwo rechts jetzt Papa Hollis eingeblendet das wäre nicht schlecht gewesen aber ich glaube ich mache noch ein video dazu damals nester waren top aber jetzt sind es eigentlich ausgestorben war geschafft das neue update noch nicht ja ich kann ja nicht in der fliegel aufstehen plus 3 flying tap catch bonus was heißt jetzt genau oh catch bonus wurde damals angeführt ja ihr wisst ja wenn ihr die gold medal habt erhöht sich die krank chance tragosso tragosso sandan dikta ja die boden pokémon sind bei uns richtig selten ja weil wir wasser bio fahren das Problem ist echt jetzt wo tragosso größte fehler weil ende des monats halloween war tragosso hat eine maske kam zu halloween also vollkommen verschwendet die kilometer hab ich noch nicht gespielt naja was soll man machen kann man ja nicht vorahnen hat sie arena kämpfe gell arena kämpfe ja keine ahnung hat Tati doch geschickt so da gab es schon den bonus für den nice flow 10 das wird halt gar nicht aufgefallen achso ne den gab es schon immer beim ersten ball drin bleiben der bonus den gab es erst später es wird nur noch einer oder für dich dann habe ich 124 wenn ich maholla entwickle kriege ich noch ein bonbon wegen maschop aber keine bonbon zum pushen hast du glaubt da hab ich sie hab's geschafft die frage ist wird das vorkammer jetzt entwicklen jetzt glaube ich nicht er hat ne hoffnung ein stärkeres zu finden heute ja ich hab einen maholla es hat 393 hat gute IVs mindestens 82 aber mehr weiß ich auch nicht muss ich zuhause genauer aufchecken hier der beweis oh shit oh shit 393 schon markiert 124 bonbons ja ok die attacken will ich so heftig man ja ja damals schon legest du bist jetzt knudelhoff die ganze zeit bei sightings die frage ist echt wo es ist knudelhoff wäre schon echt heftig so fett das ruf ist immer noch heftig gute arena verteidiger ich glaub ich geh jetzt auf jetzt kommt das maholla ich werd eh keinen besseres finden ich hab die hoffnung aufgegeben schauen wir mal jetzt 390 390 also ich hab selbst marshock noch nicht wird auch ein pokedex eintracht es gibt mahollos wild jetzt über 1000 also 390 ist extreem low oh der schaut aus wie ich richtiger fitnesstyp das ist ne wrestler er hat nen gürtel drumrum den index eintracht wird heftig just at the attack Fußkick Überroller 640 entwickeln wir mal gleich weiter schätze mal was denkst du wird er kriegen 1120 1130 1200 dieser pokedex eintracht macho mei oh mein gott richtig schlecht alter oh mein gott obwohl ich bin attacken gar nicht so unzufrieden karatschlag überroller steinkante ich weiß nicht ob es besser wäre weißt du macho mei mit zwei kampf attacken karatschlag bin ich richtig glücklich 900 alter ich bin zufrieden schau mal das check ich nicht dimmi sein 700er macho mei hatte 100 kp mein 946er macho mei hat nur 93 kp wie geht das dann ist der kp wert id ist meiner auch sehr gut hat deiner schlechten kp wert und dimmys hat also den guten kp mein gott alle seine leiden gehen weiter alle seine leiden gehen weiter die erste folge wo er aufgetoppt ist hatte kein internet obwohl er aldi top hat ich sehe das sind pokemon aber es kommt einfach nichts wir fangen nicht dieselbe holen los rechts ich sehe das sind pokemon aber es kommt halt nichts du bist aber du bist noch drin ja aber siehst du das siehst du das jachan oh mein gott noch ein noch ein hotspot sponsor man hast du schon das plusteil geholt hom ne ich habe es irgendwo gefunden es war überall ich habe ihm das gekauft zu heftig zum geburtstag war noch geburtstagsgeschenk ich habe jetzt aber jetzt habe ich es jürgen jürgen 100er kirurge oh mein gott er kommt ja dimmi wo ist deine tasche also falls ihr es nicht wisst dimmys immer mit tasche herkommt so eine fette egal wohin er geht die oh mein gott hier ist eins aber zwischen den zwei pokeserps bin ich gehört dahinten hier oder was ja genau da gehen wir in die richtung oder aber keine angst ich bin nicht so wie einer wie wager schon haut dann auf ja mann war ich kommt warum soll ich das wissen kein tiefen okay auf gehts war holoyack wieso du wärst auf dem krankenhaus gelegen da gehts noch da gehts noch da zwischen den zwei stops hast du die arena gesehen die hier oh jeder oh jeder kann nur was ja ja was ihr nicht seht der wird schon auch damit das ist der grund der da steht okay wir haben vier verschiedene schutzfarben rot grauen schwarz und grau wir haben hier gerade eine arena angenommen aber diese frau hier ist gekommen um sie einzunehmen die jungs pushen dagegen aber verlieren zu zweit gegen sie ja Alex pushtung sie ist von level 3 auf 1 gesunken das war schon eine geile Zeit mit dagegen pushen alter dagegen pushen war das geilste was es gab oh mein gott man es fehlt so hart diese interaktion man kann halt jetzt noch gegen füttern das ist nichts und auch noch von zu Hause und die arena ist down ja aber doch nicht gegen pushen dagegen trainieren einfach rein stellen aber ne 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 sie schafft es schon ja aber jetzt ist die fest hoffentlich ist sie team gelb man team gelb aber sie ist rot wahrscheinlich ich gehe jetzt er stellt so ein eckiges quapol ein wir haben 28 nicht fair seit sie echt nicht fair man echt nicht fair 2 gegen 1 nein nein 2 nur 2 ja das war's die dame hat sich beschwört sie dachte 4 gegen 1 aber es war nur 2 gegen 1 aber trotzdem ein prozent ist das ein prozent ein prozent ein prozent das geht immer weniger irgendwie also ich hatte früher GPS probleme yes das ist saftig es gab so eine legendäre story mit dimi und akku komm schnell 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 komm fukano fukano oh mein gott das ist echt behindert man das ist saftig man den bräuchte ich ich bräuchte auch ich brauch noch 4 bomben ich hab schon knogger und komm komm fukano oh mein gott oh mein gott wie viel eier hast du noch? noch 2 gell? ich will voll dreht das selbe uns mal und nein man nein nur das letzte noch sonst tot man oh mein gott das war's das war's das war's das war's das war's was war das? ein ein übersprung oder oh mein gott hier hab ich echt verzählt verzählt das war's von uns und von Machado Park ich glaub wir waren jetzt auf genug dort ich kann mir sogar meinen zweiten Machoma jetzt machen meinen zweiten? oh mein ich das? hinterlasst unten in den kommentaren wie ihr das Video fandet liken, subscribe nicht vergessen checkt unsere facebook seite ab und schreibt unten in die kommentare wo wir als nächstes hingehen sollen dann checken wir das natürlich fischer das hatten wir nur Münchner Zuschauer deswegen und mein zweites Machoma klasse ich bin ja auch klasse unterwegs und mein zweites Machoma endlich ne Kampfattacke freut mich schaut beim ja das war ein gutes Nest dann vergesst nicht Pokemon is serious business so ist es Moment muss man hier stoppen das ist schon die nächste Folge genau das ist die nächste Folge dann werde ich Level 30 also bleibt dran aber das war's von dieser Folge nur liken, subscriben, kommentieren checkt die Analyse ab folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter checkt die Shop ab vergesst nicht Pokemon is serious business Check hisodge und 케 ил weiter bis Vielen Dank.